Mit dem möglichen Abgang von Nico Elwedi ist Wirkus bereits auf der Suche nach einem Ersatz für die Position und zwei starke Kandidaten tauchen auf. Bevor sie wissen, wer diese Spieler sind, wenn sie neu auf unserem Kanal sind und auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren sie unseren Kanal, aktivieren sie die Glocke und bleiben sie immer auf dem Laufenden über aktuelle Nachrichten aus Gladbach. Die Zukunft von Nico Elwedi Bei Borussia Mönchengladbach ist noch offen. Der Schweizer Nationalspieler hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Sportdirektor Roland Wirkus hatte in den vergangenen Wochen betont, dass er von seinen Spielern einen Kompromiss erwarte. Sollte Elwedi seinen Vertrag nicht verlängern wollen, wird der Verein ihn in dieser Transferphase verkaufen müssen, um eine gewisse Summe zu erhalten. Während Florian Neuhaus, dessen Vertrag ebenfalls im nächsten Jahr ausläuft, zu einer Verlängerung bereit ist, wird die Verpflichtung von Elwedi wohl nicht zustande kommen. Die AS Roma hatte Elwedi schon länger im Visier. Zuletzt kamen Gerüchte über das Interesse der Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League auf. Bei einem entsprechenden Angebot würde der VfL Elwedi wohl abgeben. So ist Wirkus bereits auf der Suche nach einem Ersatz für die Position, Felix Uduokai vom FC Augsburg, ist ein starker Kandidat. Auch sein Vertrag läuft nach der Saison aus und er hat eine Verlängerung abgelehnt. Der Marktwert des 25-Jährigen liegt bei 8,5 Millionen Euro. Meiner Meinung nach ist er ein guter Spieler. Trotz seiner Verletzungshistorie hat der Deutsch-Nigerianer regelmäßig gezeigt, dass er, wenn er fit ist, zu den stärksten Verteidigern der Liga gehören kann. Ein weiterer Kandidat für diese Position ist Jordan Torunariga, ein erfahrener, geschickter Spieler, der bereits 73 Bundesligaspieler absolviert hat. Laut Sky Reporter Florian Plettenberg haben bereits Gespräche zwischen dem Berater des Spielers und den Vereinsverantwortlichen der Borussia stattgefunden. Und ihr Fohlen! Wer ist eurer Meinung nach besser auf der Position von Nico Elwedi, Felix Uduokai oder Jordan Torunariga? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Bis zur nächsten News!